Sehr geehrte Frau Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Wir haben 2019, wir heißt dieser Stadtrat, mit sehr großer Mehrheit beschlossen, dass wir die DVB zur zentralen Mobilitätsdienstleisterin machen wollen. Wir wollen, dass die DVB die Multimodalität, so heißt es übrigens, die Multimodalität quasi aus einer Hand bedient. Und da ist ja auch schon vieles passiert. Also wir haben jetzt diese gelben Fahrräder, die Live-Fahrräder, die haben über eine Million Nutzungen im Jahr. Also über eine Million Mal sind Menschen glücklich. Und ich persönlich kenne einige, die haben die DVB-Dauerkarte nur, weil sie mit dem Fahrrad fahren. Das ist ihr Hauptnutzen. So, also von daher, das ist ein unglaublich gutes Instrument, um eine Bindung an die Kundin zu bekommen. Daneben haben wir mit Teilauto die Kooperation und es gibt über 1200 Verknüpfungen zwischen DVB-Abo und Teilauto. Das sind also Leute, die fahren hauptsächlich mit der Bahn, aber ab und zu auch mit einem Teilauto. Und deswegen stehen die auch an diesen Mobilitätspunkten rum und deswegen brauchen wir auch mehr Mobilitätspunkte, um multimodal zu werden. Jetzt kommt mit On Demand quasi eine weitere Säule hinzu. Wurde schon erklärt, was es ist. Es meandern dann Autos durch die Stadtviertel und durch geschicktes Ausrichten mit dem Computer wissen die, wo die quasi langfahren müssen. Nehmen Leute auf, geben Leute wieder ab. So, wir müssen das alles ausprobieren. Und deswegen hat der Bund ein schönes Förderprogramm aufgestellt. Das heißt Programm zur Digitalisierung kommunaler Verkehrsbetriebe. Und aus diesem Programm kriegen wir, wenn wir heute beschließen, drei Millionen Euro. So, das ist etwas mehr als die Hälfte, glaube ich, die Hälfte der Finanzierung für dieses Pilotprojekt. Und dann können wir drei Jahre lang ausprobieren, ob das funktioniert. Ich glaube, wir sollten wirklich stolz auf diese neuen Arten sein. Das macht das Leben attraktiver, das macht Dresden attraktiver. Und ich hoffe halt, dass auch die On Demand-Systeme ein Erfolg sind und dass sie sozusagen ja dann auch in Schriesen und in anderen Stadtteilen im Jahr 4, 5, 6, 7 dann kommen. Und dass wir sozusagen dadurch die Verkehrswende ein Stück weit voranbringen. Wir wissen es nicht. Ich persönlich finde solche On Demand-Sachen cool und ich hoffe, dass wir heute sozusagen das auf den Weg bringen. Dankeschön.